Vielen vielen Dank für diesen wunderschönen Kuchen. Guckt ihn euch an! Wien, ihr seid lieb, ihr seid echt lieb. Liebe an euch. Der Laden heute, den bringe ich zum Beben, Mann, Alter. Dann hätte ich gleich gesagt, nein, nein, das stimmt, das ist nicht so. Und er hat sich wieder den Plan nicht durchgesen, den er per E-Mail gekriegt hat, genau wie gestern wurde. Fett, Alter. Ja, was geht hier später? Da müssen wir schauen. Wahrscheinlich kennen uns schon aus mit solchen Partys. Meine Freunde, wir sind in Wien angekommen. Was reimt ich auf Wien? Natürlich Green, deswegen ist es meine Stadt. Auf dem Boden bleiben. Bleib mal auf dem Boden, Pasquale. Nicht abheben, spring runter. Also meine Freunde, hier im Flex spielen wir. Das ist ein sehr schöner, gemütlicher, abgeranzter Club, aber mit der fettesten Soundanlage, habe ich mir sagen lassen. Und da wird abgerissen heute Abend. Da wird der Schweiß von der Decke runtertropfen. Und ihr werdet dann da sein und den Mund aufmachen. Aber ich werde auf jeden Fall wieder mit euch kuscheln. Ich gehe wieder in die Menge und dann kuscheln wir eine Runde. Und ich bin der, Achtung, wie Alligator sagen würde, ich bin ein Star zum da unten anfassen. Heute ist es kalt. Wie in meiner Heimatstadt. Oh, die Hose beißt sich aber extrem mit meiner Jacke. Merk ich gerade. Guck dir die Scheiße an. Wo ist mein Ankleider? Der hat wohl nicht aufgepasst. Ja, sag, dass du Scheiße findest. Ich habe dir einmal Spielraum gegeben zum Selbstanziehen. Ja, dann haben wir einmal Spielraum und dann kommt sowas voraus. Lass uns mal anstellen, oder? Fessi traut sich umzudrehen. Oh, hi! Zieh eine Karte. Ich bin echt richtig. Ich würde sagen, ich bin der erste Arthur Remak Zauberfan. Zeigst du die Kamera auf? Guck, du musst genau darauf achten. Das ist diese eine Karte. Schalat da. Oh, scheiße. Ist das deine Karte? Schalat da. Rotes Auto auf dem kühler schwarzer Pferd. Und die Uhr zeigt nicht die Zeit, sondern den Wert. Laufen wie auf Wolken-Sneakers in der Ehr. Auf, das ist der Logos-Dos. Auf, das ist der Logos-Dos. Und die Uhr zeigt nicht die Zeit, sondern den Wert. Auf, das ist der Logos-Dos. Dreh eine Tüte, trotz Ganja-Verbot. CAC und CBD. Nichts mehr real, alles Animation. Hedrahydrocannabinol. Dreh eine Tüte, trotz Ganja-Verbot. CAC und CBD. Nichts mehr real, alles Animation. Vorgaben! 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 etat! Ayo! Das verruhrte Flex. Sauna! So, ich bin mit dem Erfolgreich in der Sauna zwei Stunden Sport gemacht. Na, da verreckst du einfach ihn in den Sexclub, Alter. Alter, das ist viel zu heiß, Mann. Was gab es so heftig? Danke, Mann. Ja, war für uns natürlich eher eine Qual. Wien ist halt wunderschön, aber die Sauna, wie will man da arbeiten? Wie will man da arbeiten? Ich hab mich durchgegeben. Und der Johnny hat mich dann noch mehr kaputt gemacht am Schluss. Ich bin ja eh schon überhitzt gewesen. Wie sagt man so schön, Augen auf meiner Berufswahl.